Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Runde. Trouble in Terrorist. Zur nächsten Runde, äh, Leech of Legends. Nein, warte. Ich habe mich in der letzten Folge gebracht mit The Beast, du hattest auch meine Witze zu klauen. Ich bin ja nicht der Witzeschreiber für euch, ich bin ja der Gangster. Oh, der Kai. Ich bin übrigens Auto, äh, Inno. Das finde ich auch gut, dass du Auto bist. Wir haben merkt, wie leise Christian geworden ist. Das Pieper. Christian, hallo. Nein, ich bin nicht tot. Ich habe keine Waffe und ich muss mich etwas zurückreißen. Dann kommt der Kai zu mir hoch. Ja, Borin 2. Oh, Spoiler-Alarm. Was? Äh, verstehe ich nicht. Kai, 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 Moritz, 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 Moritz. Äh, was? Moritz ist es. Ich habe nichts gesehen. Moritz wollte Sebastian abschießen. Kai, Moritz. Der wollte Sebastian abschießen. Ich habe aber ohnehin geschossen mit dem Idiot. So. Wie verwirrt ihr mich? Ist der jetzt tot oder nicht? Oh, guck mal, hier ist eine Bombe. Hier ist eine Bombe im Schacht. Ja, wer war das? Schacht ist eine Bombe. Ich komme nicht raus. Der kam mich her. Und der kam mich auch nicht her, hast du auch gesehen? Ich kann von da unten, von Yannick. Der kam denn daher? Also ist Moritz... Ja, Tor oder nicht? Pavell ist es, Pavell ist es! Ok. Pavell. Sorry, Yannick. Hinter dir ist Moritz. Darf ich hoch? Ja toll. Ok. Hey. Nein! Da oben ist Pavell. Ich schieße drauf. Easy. Geht er auch drauf? Auf Chris Oh der Ja, weg Ist er tot? Chris oder Sebastian? Ja Ah nee, nicht Chris, du hast auch auf den Publ geschossen Haha, ich hab mit dir geschossen Der liegt da, ich geh in den Kontrollen Moritz? Oh, ich fliege I believe I can suck Oh Ich? Nein Du hast den Du hast den Du hast den zusammen Okay, einer von euch weiß, das ist für mich Nein Wir gehen Moritz holen Warte kurz Hier muss ich nichts von euch töten, Alter, nervt doch nicht Wer ist das? Bastian? Was? Der andere von euch beiden kann richtig schlecht draus spielen bisher Ja, André, was hältst du eigentlich von Okak Olak? Ich werde dich beim Maul halten Was ist los? Bist du auf 180, mein Freund? Nee, auf 180 Salz! Salz! Was ist denn los, André? Was steht denn die Altersvorsorge? Ich hab halbwegs draus echt geredet Ehrlich? Ich hab mir halt dein Maul Das war jetzt ein Verbeten im Beginn Ich bin du sein Xer, ne? Und of the year's best Films, Alter Lass ihn mal rein Was ist denn der Wolle? Hi! Komm mal auf! Bitte, wo ist der? In der Schublade Nein, hier bin ich Im Schrank, oder? Achso, ach, im Schrank Da, wo der Fernseh drin steht Ah, ok Ich hab ihn angehiltert Ich hab ihn angehiltert Ich hab ihn angehiltert Ich bin 3,80 Meter lang 1,90 Der ist weg Wieso, ist die Runde nicht vorbei? Du kleiner Wichser, Alter Du blöder Wichser Du bist so ein Masti, ne? Du bist so ein Hu... Ich mach dich weg Wo bist du denn? Auf dem Weg zu dir, kannst du glauben Gut, dass ich fahre, wenn ich gekillt hab Piu... Fuck, Alter ... ... Ah... Hallo? Ich hab gesagt, ich bin nicht Traitor. Was will? Ja, ich wurde auch hart verwirrt, ich dachte Moritz wärs. Ich auch. Was hab ich dir gesagt? Ich hab jetzt nicht aufgepasst, wer war's eigentlich jetzt? Ich wurde schon angegriffen, von Moritz. Ne, gerade ist meine Granate. Ich hab sieben auch Tremel. Grüß? Ja. Hold my egg on deine Mutter, ja. Boah, da hab ich echt die Melone von Pavel Dreck gefressen. Keiner Wichser, Alter. Ah, die Melone war schön, ne? Ne, ich bin schön. Mitte im Satz abgebrochen. Und Kai dann, ne? Okay, Kai wärm ich nicht ab. Moritz, jetzt will ich ein bisschen Batman gucken. Oh, jetzt bin ich grad schon rumgegangen. Warte, Kai. Warte, warte, warte. Kai, bist du sauer? Star Wars. Star Wars. Oh verdammt. Was? Marvill, du Wichser. Welcher ist da was denn? Moritz, was hältst du eigentlich von Okag-Olak? Moritz. Moritz. Moritz, bist du etwa bei Okag-Olak? Oh. Nein! Oh, ich bin ganz selbst runtergeflogen. Moritz war's, Moritz war's. Ich weiß, Moritz macht Okag-Olak-Egg. Das ist Kai. Was, Okag-Olak? Was willst du Jannik? Hier unten. Zeit vor Feier. Und? Marvill ist tot. Ich glaub, der ist runtergefallen. Nicht mit dem. Ok. Kai, ich trau dir. Janik? Ja, ich geh. Ich mach noch nix. Ok. Ich komm mal gar nicht raus. Nein. Nein, ey, ey, ey. Ich geh hier runter. Ja, aber schön da lang. Hat der am Aul. Der zieh dich. Warum hießt auf mich? Ah, Jo, warum juckt mein Ohr, Alter? Mein Ohr juckt fast so halt wie mein Arsch, wie immer. Alter, mein Ohr juckt immer noch! Ich traue. The fuck. War's jetzt ernst oder war's am kaufen? Nein, ehrlich. Mein Ohr juckt Richard. Ich schau am kaufen. Ja, ich... Alter. Kai? Halt ja alles heim, wenn du mir jetzt in die Rücken schießt. Nein. Okay. Und mein größter Moritz. Ja, Moritz redet nicht, weil er gay ist. Obwohl Jannik ist gay. Dann weiter gay. Deswegen sind die auch weiter trash. Alter, mein fucking Ohr! Ich raste aus! Ist Moritz noch am Leben? Ich glaube Jannik ist es. Ich glaube nicht, ich will immer. Ich schieße auf mich, Junge. Oha! Ja, dann auch schießen. Ja, ich schieße aber daneben. Hm. Ich auch. Du Penner. Ja, genau. Guck. Jetzt treffe ich dich, glaub mal. Moritz? Na bitte. Das ist jetzt von Okagola. Come on, oder? Ja. Hört mich schon mal schön raus. Mach dir mal, hä? Troffen? Ne, ne. Hast Glück dann. Alter, ey, ich raste aus. Ich kann so nicht zocken. Ich mach das ernst. Kleiner Wichser, Alter. Hast du das gesehen, ey Chris? Ah, ne. Ich hatte dieses auch ein bisschen rot, ne? Uch. Das ist mir wohl einfach nicht passiert. Das war Eno. Ja. Wie horte falsch. Puh. Oh. Fuck. Siehste, ich wusste es. Wie kann es sein, dass der immer Traitor ist? Ja, hab ich mir auch schon gefragt. Ja. Immer. Witzlos. Und Moritz, du Hure. Ich dachte, wir gucken uns gemütlich sowas an. Ja, was weiß ich nicht. Aber was soll ich denn machen? Wie soll ich denn von ihm bei Glauben, du Otto? Ich weiß. Mir. Ich hab mein Vertrauen im Moritz verloren. Auf ewig. Nein, bitte, bitte nicht. Aber mein Ohr juckt wirklich, jetzt war ja kein Scheiß. Jetzt kann ich wieder... Du hast doch Probleme mit deinem Moritz, aber schön. Ja, du kannst doch erst mal sagen, wie schön ich bin, bevor du mich hart in den Arsch bummst. Demnächst kannst du mich... Ja, genau. Bring mir schon demnächst zu mich hart, ich kann damit du mich rücken, bevor du mich in den Arsch fickst. Was soll das denn los sein? Irgendwas ist hinter mir? Ich weiß es doch nicht, aber ich bin einfach vorsichtig bei dir. Ich will das gut machen, du brauchst ein bisschen Respekt. Ah ne, Pabell, Pabell ist im Schacht. Hallo, da braucht jemand. Insel im Schacht. Geh lieber runter, Chris. Ja, ja, merk ich auch, wie soll ich da runtergehen, unten ist auch Feuer. Echt? Alter, ich bin seit 47 mittlerweile. Wo ist die Insel, da drin? Ja, ja. Ja. Da hat er direkt wegen. Ja, ey. Oh, ey, ich fühl sich aus dem scheiß Schacht aus. Hallo, Muri. Nein, 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 nein. Ich bin nicht in den Schacht. Hallo, Freunde. Ich bin dein Schacht. Ich bin dein Schacht. Nein, Moritz, geh weg. Ich will nicht. Ich juck mein anderes Ohr. Ey, die wollen mich doch verarschen, oder? Was geht? Oh, Christian. Er zieh dich. Da ist ein Smoke. Da steht der Schacht nicht. Da bin ich. Hallo, Kai. Keine Problem. Ah! Christian und, und. Kai ist bei mir. Ja. Nicht zu schießen. Be gentle. Wir schießen da irgendjemanden, ne? What the fuck macht ihr? Warum bist du on this? Ja, das soll niemand machen, ne. Äh, weil ich doch in Pavels Dings gelaufen bin. Ja, ja. Ja, ja, Pavels. War der wirklich? Ja, ja, komm. Aber nicht in meiner. Er ruhen Schacht. Nein, er ist auch nicht so da in der Pavel. Kann nur die Trader. Ja, Moos steht einfach nur rum. Moos, was hast du gemacht? Was? Insel? Ja, klar. Echt, ist Ballack? Wo steht das? So ein Hurensohn. Da ist jemand gestorben. Er ist gestorben. Er ist gestorben. Man macht keine Witz über Ballack. Ich weiß nicht, was deine Siss. Ja. Und du, Chris? Ich find's echt nicht. Und wenn, dann wäre meine Runde eh schon gelaufen mit 40 HP. Pavel? Ah, sind Pavel und Dings. Oder du bist es wieder. Kai? Nein, Kai ist tot. Pavel hat den runtergeschmissen mit einer Disco. Ja, Nick, bist du es? Nein, nein. Okay, du bist es. Ist ja aber Zeit, Chris, ey. Fuck. Toll gemacht, Nick. Du killst sie ihn. Warum redest du? Darf ich doch. Du erlebst noch ne Scheiße. Ja, klar. Hast du gedacht, ne? Ich hab so'n tollen Teammate. Ist er auf der Aufnahme. Oh, fuck. Schon nicht gehört. So scheiße. Ich kann den mehr. Boah, schau schrücken, Alter. Warum schießt nicht mit der? Boah, ich schwöre, ich hasse das kommt so hart, ne? Das ist so gay. Bist du, dass ich gestorben? Alter, ja, ich weiß noch was. Ich riege mich so auf, ne? So fucking unnötig. Nice. Ich hab mich so vor Pawel erschrocken, als er hätte, weil ich ihm erstmal eine reingedrückt habe. Ja, halt oder Dreck erstmal. Janik ist eben, weil er killt immer alle. Na, was soll ich dich tut haben, Chris? Was? Tja, Moritz, also was lernen wir? Ja, ich wollte auf jeden Fall einen Mälenlauncher ziehen. Faktiere den Banak. Ja, das verfolgt. Ja, holst du mal. Moritz? Moritz? Jo, ich hab gerade Lacken gezogen. Mir ist kalt. Mir ist kalt. Wer ist denn hier? Da ist der Pawel. Oh klar, was ist passiert? Pawel, eins, und... Boom. 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 Ich bin tot. Pawel, was? Oh nein. Ich bin ja schon wieder innocent. Das ist ja so doof. Oh mein Gott. Ich bin bei Janik. Janik? Bist du's? Ja oder nein, ganz ehrlich. Janik unter uns, unter uns beiden. Bist du's? Du warst denn ganz ehrlich? Ja. Hier ist noch einer. Ja, bin ich. Unter uns hier. Unter uns hier. Wer ist es? Warte, warte. Hier ist noch einer. Komm, wie Ameisen. Wo bist du? Die Disco wird's entscheiden. Gib mal weg hier. Geh weg hier. Ey, geh weg, komm. Oh, die Disco wird's entscheiden. Moritz hat immer geschossen. Moritz hat immer geschossen. Ja. Moritz? Moritz? Wer ist noch hier? Janik? Janik? So, sonst ist Janik immer so auf Tuchfühlung. Außer er ist Traitor. Dann will er das alle weggehen. Hallo? Ja, Janik ist ja nicht so ein touchy-touchy Mensch. Ich bin ein touchy-touchy Mensch. Ich komm her. Okay. Ich bin aber kein touchy-touchy Mensch. Ich bin aber kein touchy-touchy Mensch. Taxi! Taxi! Ey, dass nur ich eingeschossen bin. Ey, ey, ey. Sind die anderen eigentlich noch am Leben? Ja. Ich bin am Leben, ja. Ich glaub alle sind noch am Leben. Oh, das ist ja Moritz. Ich dachte, das wär Jannik. Ich hörte mal auf den Namen gucken. Moritz? Ja, was denn? Was ist jetzt die Loso von Star Wars? Das ist Marienstraße. Marienstraße? Was mit Marienstraße? Oh, dieser Lang. Ich hab so Bock einfach Moritz hier abzuschießen. Ich weiß nicht warum. Ich glaube Christus ist es. Der hat's selber rechtlich verhalten. Ich krieg's aber auch. Nein. Ich beobachte die ganze Scheiße. Der ist locker auf euch. Der hat locker... Nein, nein. Hier unten ist nur da an der Ecke nicht gewesen. Und da rum. Oder Moritz? Moritz wollte wohl einen Schuss triggern oder so? Pawel, ne? Du bist so einfach fieber Bastard, ne? Und doch Moritz zu nutzen. Wirklich? Ich weiß es nicht. Alle wegschmeißen hier lieber. Wenn ich jetzt gleich... Oh, hier sind ja alle. Guck mal. Hey, Jannik. Hallo. Alter, hau ab, Mann. Warte, warte, warte. Ich hab was für dich. Ah, Feuer! Aua. Schon wieder fünf Schaden. Ah, Feuer, 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 Feuer. Steins, 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 steins. Ach, ja. Sebastian. Pawel, warst du das wieder mit der Insel? Ja. Nein. Wie? Von hier unten nach oben? Keine Ahnung. Oder warst du das, Kai? Kai, ey. Hast du die Insel geschmissen? Ich steh doch hier in dem Schacht. Wie soll ich denn da eine Insel hinwerfen? Ja, weil die hier oben gelandet ist. Und Pawel kann die eigentlich nicht von da unten hochschmeißen. Ja, ne. Pass auf. Guck, was ich in meinem Slot hab. Hier, guck. Da. Was soll ich geworfen haben? Und wo soll ich das auch geworfen haben? Ich werf auch die ganze Zeit Smokes. Ich hab trotzdem geworfen. Hallo. Diese Wehner sind Schacht-Action, ey. Wo soll ich denn entholen gehen, wenn ich da im Schacht seh? Schacht! 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 Schacht spielen. Schacht spielen. Huch, was war's denn? Ups. Hey, ihr seid so gay. Ihr seid so gay, ne? War das ne Bombe im Schrank? Da war ne Bombe. Hey, der Chris hat mich versucht runterzuschicken wieder. Bist du behindert? Wer ist denn da gestorben? Da war ne fucking Bombe, Alter. Ich sehe ja tote Menschen. Die Bombe hat mich auch fast erwischt. Um die Druckwelle. Wie das aussieht. Ich komm da nicht hoch. Alter! Der Auto kommt. Ey, da sterben Leute. Du kommst von oben, ja? Warte. Wo seid ihr denn gestorben, bitteschön? Warte mal ne Bombe. 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 Wer stand da grad ganz links außen am Rand, wo man eigentlich normalerweise nicht hinkommt? Ja, ey. Was ist, was ist unlosig? Was ist unlosig? Was ist unlosig? Was ist unlosig? Wer ist gestorben wegen der Bombe? Ist jemand gestorben wegen der Bombe? Alles gut. Ne, ne. Mich hat die anderen weggehauen. Ich, ich, ich. Ja. Schöne Bombe. Alles schön im Schacht. Ich und Yannick. Ich bin ausallt. Ich sehe mich ja gar am hängen, warum. Na klar, dass Yannick wieder Traitor ist, ne? Ich knall dich nicht. Ja, ne? Also, ganz ehrlich, ich werde Strict and Trigger happier. Happier. Ja. Yannick, 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 Yannick. Schön, Yannick. Also, du darfst euch einander, dreimal miteinander Traitor werden. Was willst du mit dem Schuss sagen? Dass du Traitor bist? Ja, ich hab da. Ja, das ist Traitor gewesen. Moment, Moment, warte. Lass mich nachdenken bei uns. Das sind meine Waffe da. Das ist Traitor. Yannick. Boom, 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 boom. Ich weiß es nicht. Yannick, das ist einander. Oh, bist du doof? Ja, du hast es schon mal viermal geschafft. Bist du sicher? Ja. Ich weiß es nicht. Ja, der Töten, wie geht's ja so? Na, geht's so. Klar, ich hab die einen im Blick. Yannick Traitor, oder nicht? Yannick Traitor. Ich glaub nicht. Das ist echt ein bisschen unrealistisch. Aber warte, ich teste das nochmal. Yannick? Ja? Bist du Traitor? Ja. Ja? Gerade eben hat er auch Ja gesagt dabei, und da war er Workstraitor. Also... Ich kann ja mit deinem Oma Ja sagen. Okay. Ich bin ja auch Oma Traitor. Kai stand grad rum, Kai stand grad rum. Ich guck wo oben! Ich hab so ein Verlang den Yannick abzuschießen. Alter! Aber ich bin ja kein Unmensch. Kai stand übelst lange oben. Junge, ich hab dir da unangeguckt. Ja, ich sag ja nix, ich sag nur noch Kai rum. Wie die beste Behindertenamte. Ich hab drauf gewartet, ob irgendjemand einer von ihm töte. Das war Schwanz. Ich war gleich mit Waffen. Schwanz. Du bist ein Wichser, ne? Pavel und Yannick sind hier oben auf den Büchergalen und ich bin tot durch den Disco. Das ist ein Pavel. Das ist ein Pavel. Das ist ein Pavel, Mann. Wer ist gestoßen durch den Disco. Mal Huben so, ne? Das ist ein Disco. Das ist ein Pavel. Sehr gut. Ist egal. Ist egal. Tötet ihn einfach jedes Mal, wenn der Disco macht. Ich hab auch schon einmal Schaden bekommen durch seine Scheiße. Oh. Das ist unten in der Ecke. Hier ist irgendjemand? Okay. Sebastian. Nein! Das kann nicht sein, dass der immer Traitor ist. Ey, tut mir leid. Langsam wird's ein bisschen nervig. Ne, das ist sehr unwahrscheinlich. Ey, wie dumm ist das? Tut mir leid, ich knall dich jetzt jedes Mal ab. Ja. Nein, Mann! Ich geh's einfach nochmal sicher. Ich knall dich jetzt jedes Mal ab. Ja, who cares? Ich bin so lang geflogen, ich könnte aber noch so locker reden. Da hast du doch nur drauf gewartet, diese Runde, oder Kai? Ja. Oh ne, ey. Hast du es so, ey. Sieben Punkte. So schlecht wie Moritz. Wie Moritz. Hallo, das bin ich. 13-0, ja ne Problem. Boah, ich häng hier bei dem Scheiß-Monopoly-Spiel fest. Was mit Monopoly? Da häng ich fest. Das ist der richtige Muffo. Das ist der richtige Muffo. Aber Jürgen, Muffo. Ey, hier haben wir da anders bist unwahrscheinlich, oder? Nö. Wo ist er? Wo ist er? Wo ist er? Nein, ich hab wirklich nicht die zwei. Ja, ja. Es ist hier beim PC, Macbook. Alter, lass auf, Mann! Jetzt Inno ist, und Inno von euch die Töße sind alle so dumm. Also witzig. Ist mir egal, ich bin Inno tatsächlich. Warst du jetzt dreimal hintereinander Traitor? Ja? Ja. Ist die... Hat die doch nicht geschossen? Lieg! Habt ihr das, ne? So was schießt du einer auf mich? Wirklich? Ja! Ich schieße auf dich, du was! Ja, okay. Kai, warte. Kai, bedeutet das etwa, dass du Traitor bist? Nein, ich bin noch eindeutig inno ständig, wenn ich dich abschieße. Ah ja, okay. Das triss mich nicht. Was ist das denn da? Das trägt uns nicht. Das trägt uns nicht. Was ist das denn? 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 Chris hat Hyping, Jungs. Irgendwie nicht. Du bist das dann hört. Warum bist du hört? Von Chris denn? Ich hab geschlossen. Ich bin dann Hyping. Chris hat trotzdem Hyping. Ich bin jetzt zwischen Janik und Pavel. Mach gar nichts. Hupsala. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich mach gar nichts. Hupsala. Geh den Schuss ab. Schmand. Schmand. Wetten wir das bestimmt um Janik wieder? Schmand. Lass uns zum Strand. Da kann ja Wetten abschließen oder so. Nein! He? Hallo Sebastian. Hättest du dich ein Nein gesagt hätte ich dich niemals gesehen. Was war denn jetzt Jan, äh Christian? Ich hab' kein Bock mehr auf die... Ich hab' kein Bock mehr auf die misskommst. Ich hab' kein Bock mehr auf die misskommst. Ich hab' kein Bock mehr drauf. Ich hab' kein Bock mehr drauf. Ist ja so egal. Ich muss ja nur auf dem behinderten Regal oben äh Angst haben davor. Ja. Da ist Moritz. Moritz hinter dir? Moritz hinter dir? er hätte es noch einer der pappel zieht mir das nicht gar nicht beides soll ernst willst du mich verarschen steuerung alt entfernen das lustig gewesen ich müsste weiter reden das war total dumm gerade buche zu idiot was soll der scheiß und dann schießt er mich direkt ab ich hab keinen bock mehr ich habe geschossen wo ist der mutter keine ahnung beim bett im wo immer jagen gehen eine der musik um ja der muss sagen ich komm komm er ist bei dir ja das war mein incredible dingens ups inkontinenz kakola Okang Okang Der ist der, der Matt ist der Schön Weißt du was dann? Moritz hat gesagt, dass du dein Team... Ja, das war total dumm, ich versteh es nicht Und dann direkt ein Headshot, ey Das war echt nice, der Show Ja, ich mach jetzt was anderes Als ob Wie hast du das überhaupt gesagt, Moritz? Ich versteh ich auch nicht Weil ich Angst hatte Weil ich Angst hatte... Irgendwie hast du gekämpft gegen Kai Ja, ich hätte den auch getötet glaube ich Ja, deswegen ja Warte mal, zwei Trader und einen Zwei Yo, ich bin wieder da Kommt ihr da rein? Das war grad die behinderte Runde, die wir gespielt haben So zum Kotzen einfach nur Was? Hast du kein Trader? Ja, ja, komm Wer es glaubt Wer es glaubt, erzähl dich Wann bist du wieder drin im... Pappel? Wo bist du das? Pappel? Und? Sebastian Das ist wahrscheinlich die Rache Glaub ich auch, dass es Rache ist Das stimmt Ja, ich bin wieder da Aber als Obachter Also halt dich die Fresse Fällt ihn lieber nicht Hab ich schon Ja, er war Traitor Pappel? Echt? Ja, ja Ich bin Proven Fickt euch Ja, dann muss es Pappel sein Ja, stimmt Dann ist es Pappel Ja, Pappel steht auch auf mich Wurde hin Wurde hin? Wurde hin? Hahahaha Das hab ich nicht gesehen Also das ist das erste Aufruf von Sebastian Wer war innocent? Sebastian war innocent Sebastian war innocent Nein, Sebastian war Traitor Ich war Traitor Ja Auch, aber by the way By the way Wäre ich innocent gewesen Hätte ich auch geschossen Ja, ich weiß aber Es war halt gerade echt Bisschen Sacred Flakes Ich würde eigentlich noch mal Traitor wählen Jetzt zur Runde, oder? Halt die Schnauze Zur Runde schon Halt die Schnauze Okay, nur Kai, hab ich eigentlich nullen Echt? Hast du so viele Punkte? Kai, ich geh Yannick auf die Nerven Okay Kann ich so viele Punkte? Das ist kacke Ich weiß aber, dass er Folge nicht gewinnt Siehst du ja, wer kacke ist, Pappel Ich bin erst dein Ah, ah Sebastian Ja, meine Aufnahme ist damit natürlich im Arsch, ne? Achso, ja Ja, ich hab meine Die ist schön Salzig Die soll die Aus meiner Perspektive sogar Ich hab mich geschossen Das ist LOL Ist dein Ernst? Ja, Chris ist auch der Seldo Ja, knapp, ne? Der hat mit auf ihn jetzt geschossen Ja, knapp, ne? Chris ist es Oh, der Seldo Ja, fast, ne? Der hab ich geschossen, weil er umsack gehen wollte Der hat echt geschossen auf Yannick Wo war's? Der hab ich natürlich mitgeschossen Der hab ich natürlich mitgeschossen Was hältst du eigentlich von Oka-Cola? Da hab ich keinen Minus-Mut bekommen Ich kann... Aber ich hab eigentlich noch einen Schaden bekommen Nee Warst du Traitor? Ja, also Ja, hab ich Ich bin Half-Life Bist Traitor? Aber bin ich Half-Life? Jaaa Wundet bist du Ein bisschen... Kann ich ja nicht sagen, wieviel du hast Da steht nur Wundet Wollt ich gut sagen, ja Tuttutt Ach, ne? Gotcha Beide Idioten Noobs Learn to play Sorry Und wer lebt noch? Nur noch du, Kai? Du, Basti, lass mir den letzten Kill Ich muss besser als die Handik sein Basti Ja, 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 ja Warte, warte, warte Ich hab wieder Punkte Ich kann gucken, wo der ist Der ist unter uns Okay Oh, kack, oh, lack Ah, okay Ich weiß, wo er ist Ich bin doch nicht so dumm Janik Das ist jetzt doof, natürlich Ach, immer drück ich Escape Idiot Bitte Oh, du dummes Stück Scheiß, Alter Wo geht's? Was ist los? Ich weiß nicht Dein Name mal sagen Wie bitte? Ich wollte deinen Namen mal sagen Der ist hier in den Schubladen Meinst du? Ja? Ja, das Ding ist aktualisiert sich gerade Ach, ihr setzt alles unter uns aus der Schublade Seine Mutter arbeitet bei Ikea als unter uns aus der Schublade Darf sie nicht? Wix hat sie nen Job Ich glaub ich nicht hab's Ich glaub ich nicht hab's Ich glaub ich nicht hab's Der ist im Im Vent Geht der jetzt oben auf den Scheiß hoch? Ja, schönen End Ich hab mir grad nether im Portal gebaut Der ist hier drin in der Ecke Im Im Okay, warte ich komm Du Scheiß Ich mir in der Ecke Der kommt auf mich zu Hilfe, Hilfe Maritz macht mich der Straiter Mach nur, mach nur Straiter? Okay Mach nur Straiter Ja Uah Ich will nix mehr, Alter Willst euer Bildschirm noch so rot Ja, ja, ja Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Ich hab gewonnen Ja, ja, ja Mist Verdient gewonnen Verdient gewonnen Verdient, Mann Hey, ich hab verdient gewonnen Ja So, das war's für diese bekackte Runde, TTT Einmal erster, einmal zweiter, halt Radikale Aussage Einmal letzter, mal erster Aus ne Bildung, die ich sehen lassen Ich hab's ja Und mindestens drei Viertel Blablablablabla Bis zum nächsten Mal Tschüss Ciao